Frau Köln, was hat Sie als Kind glücklich gemacht? Ja, ich denke schon, dass ich als Kind glücklich war. Das muss man ja erstmal voraussetzen, bevor man fragt, was hat einen glücklich gemacht. Ich hatte Möglichkeiten, frei draußen zu spielen, auf der Straße andere Kinder kennenzulernen und mit meinen Eltern in Urlaub zu fahren. Ich würde sagen, das waren Dinge, die ich als Kind genossen habe. Haben Sie sich als Kind einmal arm gefühlt? Nein, ich muss sagen, ich hatte das Glück, dass ich mich als Kind nicht arm fühlen brauchte. Stimmt die Gleichung reich gleich glücklich? Nein, das wäre sicherlich vereinfacht zu sagen. Reich macht nicht glücklich, aber die materiellen Mittel zu haben, an der Gesellschaft teilhaben zu können, helfen sicherlich glücklich zu werden. Welche Auswirkungen hat Armut auf die Entwicklung von Kindern? Armut hat eine ganz gravierende Auswirkung auf die Entwicklung von Kindern, weil sie das Gefühl haben, nicht teilhaben zu können und sich ausgegrenzt fühlen und dies sich für das Selbstbewusstsein und für die weitere Entwicklung des Kindes massiv auswirken kann. Kinderarmut müssen wir auf zwei Wegen bekämpfen. Einmal müssen wir das materielle Existenzminimum der Kinder sichern, das heißt eben auch die Hartz-IV-Sätze erhöhen und dafür sorgen, dass auch Familien, die arbeiten, genug zum Leben haben, um auch ihren Kindern die Möglichkeiten zu bieten. Und das andere ist die Investitionen in die öffentliche Infrastruktur, vor allem in das öffentliche Bildungswesen, damit eben auch Kinder mit einer schlechteren Ausgangsbasis eben die gleichen Teilhabechancen haben wie andere Kinder. Kinderarmut, was würde Jesus dazu sagen? Jesus sagte, lasse die Kinder zu mir kommen. Also ich denke auch, Jesus würde unsere Forderung nach Chancengleichheit im Bildungssystem sehr unterstützen. Abschließend, was würden Sie einem armen Kind ins Poesiealbum schreiben? Lass dich nicht unterkriegen. Danke für das Interview! Vielen Dank.